Diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. April 2014 bezugsfrei. Die gut gepflegte Erdgeschosswohnung befindet sich im Kreis Traunstein. Das 2-Etagen-Haus wurde 2011 saniert. Das Objekt verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche und einen Außenparkplatz. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Bei einer Wohnfläche von ca. 66 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Erdgeschosswohnung auf 600 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017